Mein Name ist Sarah, ich bin die Gründerin von dem Label LIA, habe zwei Kinder und liebe das, was ich mache. Mein Fashion Brand ist ein bisschen anders. Es ist eine Modest Fashion Marke. Modest Fashion bedeutet eigentlich, dass es eine Mode ist für bedeckte Frauen oder sowohl auch Frauen, die einfach mögen, sich nicht zu knapp anzuziehen. Ein bisschen Oversize, ein bisschen glamouröser vielleicht auch. Ich habe vor circa sechseinhalb Jahren das Gefühl gehabt, dass ich keinen Bezug zu einer Marke hatte und es war sehr schwer, etwas zu finden, schöne hochwertige Schals zu finden. Und dann bin ich mit meinem Mann nach Italien gereist, der ursprünglich Italiener ist und haben dort Stoffe eingekauft und habe dann ganz alleine hier in Deutschland mit einer Schneiderin zusammen Schals kreiert und ja, so ist das Ganze entstanden. Meine zweite Leidenschaft ist nach Fashion auf jeden Fall Interia. Ich liebe es, zu Hause einzurichten, zu dekorieren, umzustellen. Also manchmal sieht man bei mir auch mal den Tisch morgen mal auf einer anderen Seite. Wenn man Fashionliebhaber ist, dann liebt man das auch, dass es zu Hause auch schön geschmückt ist und ja, ich sehe auf jeden Fall Parallelen da. Wenn bei mir Blumen nicht zu Hause sind, habe ich das Gefühl, es fehlt immer was. Das ist für mich ein Dekostück. Blumen sind für mich ganz wichtig und meine Lieblingssorte sind die Pfingstrosen und die Linien. Mein Interior-Stil in drei Worten würde ich sagen glamourös, exklusiv und aufregend. Man merkt, dass hier zwei Fashionbegeisterte leben. Ich glaube, indem man so einen schönen Mix drin hat, verschiedene Farben genutzt worden sind, verschiedene Textilien gemischt sind, von Samen bis Leinen. Marmor ist hier ganz groß vertreten bei mir. Ich liebe Marmor. Gold-Elemente, auch mal ein bisschen zu mischen, auszuprobieren, nicht so streng sein. Meine Inspiration hole ich mir immer aus meinen Reisen sehr gerne. Und damit ich dann an diese schöne Zeit zurückdenke, habe ich meinen Flur im Blau gestrichen, wie der Ozean, wie das Meer. Zuhause bedeutet für mich, sich wohlzufühlen, wenn man die Tour zuschließt, alles auszuschalten, was draußen los ist. Einfach abzuschalten. Mein Lieblingsplatz ist auf jeden Fall das Sofa und die Kaminecke. Also sobald der Kamin da an ist, dann fühle ich mich wohl und dann spüre ich Wärme und ja, das ist meine Lieblings-Ecke. Wo ich Ruhe finde, ist bei mir im Schlafzimmer natürlich. Was auch sehr schön ist, die Wand mit den Blumen. Es gibt mir Ruhe, dass es schön dunkel ist, dass es romantisch ist und sobald ich im Bett liege, dann kann ich erst abschalten. Mein Tipp ist es auf jeden Fall, immer viel Stauraum zu nutzen. Es bietet sich viele Kommoden an, was ich persönlich auch im Haus habe, damit es immer schön ordentlich aussieht. Das mit dem Nagellack ist jetzt eine ganz neue Geschichte. Ich habe auf dem Markt ehrlich gesagt gar nichts gefunden, was mich angesprochen hat. Wenn es etwas Veganes war, war es dann nicht Hallel. Unser Nagellack ist übrigens auch Hallel. Das bedeutet, er ist wasserdurchlässig. Also das Nagellbett bekommt Wasser, was für diese muslimische Zielgruppe sehr wichtig ist. Ja und ich habe halt nichts gefunden und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen es selber und haben ein Produkt entwickelt, was made in Germany ist, was Hallel ist, was er durchlässig ist und sowohl auch vegan und tierversuchsfrei. Genau, das ist eine ganz neue Branche für mich und ja, ich freue mich auf dieses Kapitel. Bis zum nächsten Mal.